... ... ... Prüfungen von Osiris. Bravo Team! Eliminiert eure Gegner, und erringt den Sieg! Da ist ein Dings, ein Sniper. Sniper ist down. Es ist noch ein Sniper. Er reviviert jetzt. Also entweder push du jetzt und machst einen Toter holst und Speaker. Eins von beiden. Okay. Ich liege safe übrigens, ne? Er sniped reviviert, kannst du vergessen. Du hättest mich jedem holen müssen. Er ist safe nach hinten laufen und holen, dass wieder 3 gegen 3 ist. Okay. Euer Team liegt zurück. Ist das fast down, wird's fast down. Unten ist er. Ja, ich kann ihn mit der Pumpe nicht töten. Nice. Ab. Er war eigentlich schon ziemlich angefrackt, also er hätte eigentlich tot sein müssen, meiner Meinung nach. Ne. Weil er, weil ich auch Verschwörungszüge und D-Spieler. Dieses Snipercamper in diesem Game geht mir nur so hart auf den Sack, ne? Ja, bis nicht dahin zu gehen, bis es noch ein Sack geht. Dann lieber Pumpe, weißt du, vor nicht rein, so wie es früher war. Und fertig. Sehr schön, wir überleben. Pushen. Ja, fuck. Mann, stirb doch, du Hurensohn. Was für ein Wichser, ey. Alpha-Gorilla, Junge, deine Mutter ist ein Alpha-Gorilla, ey. Wahrscheinlich auch genauso haarig und auch so ein fettes Arschloch. Da hast du wahrscheinlich rausgekrochen. Die kommen durch die Mitte. Pass auf, nicht, dass die geschnitten. Die kommen ja auch noch durch den Gang. Ja. Einer down. Slide down. Holt ihn, holt ihn, er ist fast down. Er ist mühläfter. Hab ihn. Nice. Die Nate war auf jeden Fall nice geworfen. Mit diesem Baumstart. Was jetzt kommt, ey. Kannst du ja pushen, deren Moni, Dennis. Obwohl, ich weiß nicht, ob du es schaffst, von der Geschwindigkeit her. Ja, wird schwierig. Aber du bist jetzt auch falsch rum gerannt, dann hättest du es andersrum laufen müssen. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal, ja. Pushen wir da, ja. Hä? Ich denke, du pusht jetzt. Was denn jetzt nun? Callout ist alles, ey. Ja. 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 Also kannst du es mit deiner Ulti reinpushen und wir pushen einfach hinterher mit Granaten und den ganzen... Ja, wir haben mich da blankiert mit Sniper, ich bin nix gut. Ach so, ja, stimmt. Ach ja, hat mich geholt. Eben meine Super oder was? Wo ich geheilt habe. Golden Gun hatte. Pass auf. Nehmt wieder. Hat immer noch Golden Gun. Jetzt müsst ihr gleich weg sein. Nachher müssen wir snipen. Hin und. Hammer. Hab ihn. Hab ihn. Leckt mich fett, ey. Leckt die Leichen. Probe ich mal wieder. Feigen uns gar nicht. die rennen wieder wie der letzte lumpi dahinter im herr ja ich hab einfach dann mal kurz an der leiche gewartet ja so muss es eigentlich auch sein geiles